Man sollte nicht zu spät starten, was danach passiert ist, freier Fall sozusagen, aber wir starten zumindest pünktlich und den Rest gucken wir mal und deswegen mache ich das auch nicht alleine, das wäre zu groß, die Aufregung zu stark, deswegen freue ich mich, dass Linda hier ist. Linda Feller, herzlich willkommen, großen Applaus für dich und natürlich der Chor und die Band, schön euch hier zu sehen. Da sind sie und wir gemeinsam feiern Einheit. Linda, wir feiern sozusagen auch wieder Vereinigung, wir haben uns letztes Jahr getroffen in Leipzig, beim ersten Mal Deutschland singt. Und da durfte ich auch Teil dieser wunderbaren Initiative sein und in diesem Jahr gab es ein Bonbon drauf. Man fragte mich nämlich, ob ich auch musikalisch ein Teil sein möchte. Ob du musikalisch bist. Ja genau und da habe ich gerufen, ja ich will und man schickte mir ein wunderbares Lied und ich sage euch, ich habe mich in dieses Lied so verliebt, dass es ab heute Bestandteil in meinem Konzert sein wird. Absolut, stimmt das wirklich? Ja wirklich, das stimmt. Unsere, eure Hymne? Ja. Das muss man sich noch auf der Zunge zergehen lassen, oder? Ein wunderbarer Text. Toll, das heißt das Casting letztes Jahr mit dir, was wir gemacht haben, von dem du nicht wusstest, hat funktioniert. Jetzt hast du einen neuen Song geschrieben, von Deutschland singt, für dein Repertoire. Ich habe es nicht geschrieben. Ja genau, aber wir haben es quasi geschrieben, die Initiative für dich. Ja genau, ganz genau. Was hat diese Hymne mit dir gemacht? Diese, die Hoffnung lebt zuerst, also die, die Umdrehung dieses Sprichworts. Eigentlich heißt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie lebt zuerst. Das ist ja das Fantastische, mit diesem Wortspiel. Die Hoffnung lebt zuerst. Und dieses Lied kann man so für alles benutzen. Wenn man, wenn man down ist, hilft einem dieses Lied nach vorn zu schauen. Und wenn, wenn man ganz oben ist und es einem gut geht, dann hilft dieses Lied nochmals Danke zu sagen, dass es einem so gut geht. Du hast den ganzen Abend, den ganzen Feiertag auf den Punkt gebracht. Vielen, vielen Dank, Linda. Ich schiebe mal gerade rüber, wegen der Zeit. Geht noch, wir müssen noch reden, dürfen noch reden, werden noch reden. Wunderbar. Linda, sag noch mal ganz kurz, mit welchen, du bist eine gute Chorsängerin, kannst auch direkt auf Position gehen. Ja, Chor ist das A und O, das können ja die wenigsten richtig gut Chorsingen. Das muss ja klingen wie eine Stimme. Dann stell dich schon mal hin, ich will dich nicht rausbrechen. Geh in eine Position und einige Lichter sehe ich schon von Ihnen. Sie haben jetzt die Chance, machen Sie es am besten jetzt auch gleich, die Kerzen anzuzünden, damit wir, wenn es dann gleich live geht, in wenigen Minuten über die Hymne, die wir jetzt gemeinsam anstimmen, dann auch alle vielen, vielen tausend Menschen quer durch Deutschland und darüber hinaus diese Lichter sehen. Ja, dann ist es gleich nicht so unruhig, wenn wir das anzünden. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich will das später auch nochmal machen. Und Sie können auch schon mal die Liedblätter so langsam rausholen, dann haben Sie das auch parat. Wir singen jetzt gleich das Video, wir sehen das Video und singen die Hymne. Es gibt nämlich auch ein Video dazu. Kann sein, dass das ein oder andere ein bisschen länger ist. Ich bin mal gespannt, Christoph, wer von euch gewinnt. Ihr hier live oder das Video, die Hymne quasi aufgezeichnet, da treffen wir uns am Ende dann wieder und dann zählen wir den Countdown runter. Ist Linda eine gute Sängerin hier oder singt sie dir schief ins Ohr? Nein, sie macht das natürlich fantastisch. Ja, bei dir auch auf der Seite? Ja, 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 sehr gut. Mensch, ein tolles Bild, ja, als wir letztes Jahr gesagt haben, wenn die Linda das gut macht, dann darfst du mitmachen, hat der funktioniert. Läuft? Ja, ne? Dann muss ich nicht mal hier komisches Zeug erzählen, sondern ihr lasst die Hoffnung leben und dann geht's los. Viel Spaß und schön, dass ihr alle da seid. Als nichts mehr lief und nichts mehr ging, als unser altes, schnelles Leben plötzlich in den Seilen hin. Da hielt uns nur die Hoffnung wahr. Wir hatten nichts mehr in der Hand, als nur die Taube auf dem Dach. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus und lockt uns dahin, wo die Wolken offen stehen. Die Hoffnung hört nicht auf, geht Schritt für Schritt voraus, bis wir am Ende in den weiten Himmel sehen. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus. Wenn nichts mehr läuft und nichts mehr geht, wenn uns mit einem Mal ein gnadenloser Wind entgegenweht, dann werfen wir den Mut nicht hin. Vielleicht wird das für uns zuletzt ja noch ein Tag zum Niederknie. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus und lockt uns dahin, wo die Wolken offen stehen. Die Hoffnung hört nicht auf, geht Schritt für Schritt voraus, bis wir am Ende in den weiten Himmel sehen. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus. Ein Traum bringt uns zusammen. Ein Traum von Heiligkeit. Wir hoffen nicht allein. Wir hoffen nicht allein. Wir hoffen nicht allein. Und schließen dabei dieses ganze Land. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus. Und lockt uns dahin, wo die Wolken offen stehen. Die Hoffnung hört nicht auf, geht Schritt für Schritt voraus, bis wir am Ende in den weiten Himmel sehen. Die Hoffnung lebt zuerst. Sie streckt die Hände aus. Und wie sie lebt, diese Hoffnung. Und wie schön, dass wir das gemeinsam feiern. Die Hoffnung, die wahr geworden ist. Die Hoffnung auf bessere Zeiten. Es geht ja immer noch ein bisschen mehr. Die Möglichkeit haben wir auch in unserem Land. Wie schön, dass wir alle hier diesen Feiertag zusammen begehen. Und dass wir an so vielen Orten miteinander verbunden sind. Über 280 Orte sind es. Unter anderem Frankfurt ist dabei. Auf dem Römer mit dem Bürgermeister. Hamburg vor dem Michel. Berlin gleich viermal. Aber natürlich nicht nur die großen Städte, die Metropolen. Auch die kleineren. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg zum Beispiel gibt es etliche Nachbarschaftssingen. Auf dem Marktplatz von Leonberg sind wir. Wir sind auch dabei mit einer Station auf Malaga im deutschen Konsulat. Und sogar auf Korsika. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen quasi. Und natürlich mit dem Livestream sind wir auch am Start. Also viele, viele tausend Mitsingende am Livestream zu Hause. Unter anderem auch die Altenhaime in meinem Kitzingkreis. Die grüßen wir. Und ich würde sagen, Halle, wir grüßen einfach mal Deutschland und Europa. Von hier alle, die den Livestream schauen und mit uns dort gemeinsam singen, oder? Könnt ihr das noch? Trotz Kerze in der Hand. Einmal klatschen, einmal rufen, einmal jubeln. Das ist unser Zeichen für euch zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten direkt los. Wir starten den Countdown. Dann sind wir noch gemeinsamer und fangen an bei zehn. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Das Deutschland singt. 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 Das simplemente singt. Und wir, Chezince,ername, treibt qué poder swast und simt. Und unter dem May. Zehn, neun, acht, cلف,asis,uję. Und dann sind wir schonens creation. Wir setzen mal in Fuhrupport. Ein schöner Tag in dieser Zeit, als Jesus uns erweit und freit. Wir wollen es lieben, in jedem Frieden für alle Zeit. Wir wollen es lieben, in jedem Frieden für alle Zeit. Das war doch schon mal ein Auftakt, oder? Ich gehe jetzt ganz langsam, beschwingt auch, wie dieser Dreivierteltakt war, von Kein schöner Land nach vorne, damit mir meine Kerze hier nicht ausgeht. Und warne Sie dabei schon mal so ein bisschen vor, dass jetzt etwas mehr Tempo und Stimmung dazu kommt. Wir sind zwar nach wie vor in diesem Kein schöner Land, aber jetzt geht es ordentlich zur Sache. Wir vergessen den Dreivierteltakt und starten unser Spiritual Medley zu This Little Light of Mine. Das, was hier auch scheint, die Kerze. Es gibt ein wunderbares Bild von hier oben, sieht das schon großartig aus. Wie muss das erst sein aus dem Himmel über 280 Orten weltweit? Und ja, das ist ein Lied, der eben zeigt, was diese Kerze kann. Dieses Licht, diese kleine Kerze, so vermeintlich klein sie sein mag, in ihrer Hand, kann eine Menge Frieden stiften, Hoffnung geben, Wärmespenden, ein Land erhellen. Und darum geht es mit dieser kleinen Kerze. Und der andere Song ist Down by the Riverside. Das ist ein Gospel, ein Spiritual und die Geschichte dahinter, die ist ja sehr hart, sehr traurig, sehr krass. Es geht um Sklaverei. Die ganze Menschheitsgeschichte ist im Grunde von Sklaverei geprägt. Und bis heute gibt es sie noch. Das ist ein Skandal. Und diesen Song, den wir jetzt singen, Down by the Riverside, der bezieht sich auf die Sklavinnen und Sklaven in Amerika. Und die haben gesagt, man kann uns alles nehmen. Man kann uns unsere Rechte nehmen, unser Land, unsere Heimat, unsere Freiheit. Aber eins lassen wir uns nicht kaputt machen. Das ist unser Mut, unsere Hoffnung und unsere Stimme. Und wenn wir daran jetzt denken, bei dem nächsten Medley, dann ist dieses Licht gar nicht mehr so little. Das ist unser Mut, unsere Hoffnung und unsere Hoffnung und unsere Hoffnung. Das ist unser Mut, unsere Hoffnung und unsere Hoffnung. Das ist unser Mut, unsere Hoffnung und unsere Hoffnung. Das ist unser Mut, unsere Hoffnung und unsere Hoffnung. Das ist unser Mut, unsere Hoffnung und unsere Hoffnung. Das ist unser Mut, unsere Hoffnung und unsere Hoffnung. Das ist unser Mut, unsere Hoffnung und unsere Hoffnung. Und wir sehen uns, unsere Hoffnung und unsere Hoffnung. Der Mann, den Sie jetzt kennenlernen, der hat hier ein Heimspiel. Er ist Pastor der Evangeliumsgemeinde hier in Halle, in der St. Georgenkirche. Er hat hier studiert, ist Fan der Deutschen Einheit, unter anderem auch deshalb bei seiner Frau, die kommt vom Bodensee und ohne die Einheit, ohne die gefallene Mauer, hätte er sie weder kennen noch lieben gelernt. Also, freuen wir uns auf ihn und ein bisschen auch auf seine Frau an seiner Seite. Hier ist Lukas Gotter, herzlich willkommen. Ich merke schon hier, mit Fanclub. Lukas, hallo, schön, dass du da bist. Geh einen halben Schritt nach vorne, dann geh ich ein bisschen nach hinten, dann sehen uns auch alle im Livestream und ich verdecke nicht dein Gesicht und du nicht meins. Sehr gut. Mit welchen Gefühlen hast du bisher hier mitgesungen, weil Deutschland singt? Also, ich finde es ganz stark, die Leute hier zu sehen, den Chor zu sehen, sie und euch alle zu sehen und zu hören, es macht einfach Freude stark, genau. Und du bist ja auch eh Fan der Deutschen Einheit, du musst ja quasi heute laut mitsingen. Wie oft feiert ihr den Tag der Deutschen Einheit? Sag jetzt nicht nur einmal am 3. Oktober pro Jahr. So ungefähr zweimal. Am 6. Oktober haben wir Hochzeitstag. Das ist auch irgendwie deutsche Einheit, gelebte deutsche Einheit, wo wir Hochzeitstag feiern, genau. Aber zwischendurch auch mal, oder? Man kann auch sein, dass du im Februar manchmal denkst, Mensch, Schatz, wenn es die Einheit nicht gäbe, würde ich dich jetzt auch gar nicht hier beim Frühstück treffen, oder? Hundertprozentig. Und auch immer, wenn wir zu meinen Schwiegereltern fahren oder so, ist es immer irgendwie ein besonderes Gefühl, über die alte Grenze zu fahren und zu merken, cool. Also, das ist möglich. Ja, bei uns gibt es da immer einen Kuss im Auto. Natürlich nur, wenn es die Geschwindigkeit erlaubt. Weil meine Frau kommt aus den neuen Bundesländern. Ich komme aus den alten. Wir haben das Gleiche. Und ich habe hier auch mal studiert, aber nicht so lange wie du. Ich habe nur ein paar Tage durchgehalten. Aber zwei Jahre in Halle gewohnt. Von daher, ich freue mich auch hier, dass ich wieder hier bin. Wenn man über die Einheit spricht oder an Jahrestagen, Bundestagswahl, auch so ein Anlass, da wird immer oft gesagt, was alles nicht läuft, was besser werden muss, was so schlecht lief, was verpasst worden ist. Aber ich finde, an so einem Jubiläum kann man auch einfach mal sagen, was bisher gut gelaufen ist. Du bist jemand, der die positive Energie des Osten nach vorne trägt und der auch sagt, Mensch, es ist schon ganz, ganz viel Schönes passiert. Wie würdest du das einwerten, 2021? Also, ich bin mega dankbar, dass wir die Einheit haben für die vielen Begegnungen, für die vielen Möglichkeiten, die wir haben. So viel wird neu in unserer Stadt, in unseren Ländern, in unseren Dörfern, überall entwickeln sich Sachen. Und das ist einfach toll zu sehen und auch in so einer Stadt wie Halle zu leben. Ich bin vor zehn Jahren ungefähr hierher gekommen und die Stadt hat sich extrem verändert, finde ich. Einfach äußerlich, aber auch durch die Menschen. Und das ist einfach schön, das wirklich zu zelebrieren, zu feiern. Und ich bin da sehr dankbar dafür. Und deswegen bist du heute auch dabei. Ja. Unbedingt. Obwohl du es gar nicht müsstest. Also, ich habe mir sagen lassen, du müsstest ja nicht zwingend mehr heute oder gestern oder morgen arbeiten, auch wenn das hier Freizeit ist. Weil du hast ja vor kurzem irgendwann mal einem Kollegen bei einem anderen Sender bei RTL ein paar Fragen beantwortet, das relativ gut gemacht und hättest fast eine Million abgeräumt bei Herrn Jauch. Zwei Millionen, tatsächlich. Ach. Es war ein Special, genau. Und es sind nur 750 geworden. Aber tausend. 750.000. Tausend. Auch okay. Warum arbeitest du trotzdem noch als Pastor und hast nicht gesagt, vielen Dank, war schöne Zeit, aber jetzt mache ich mir eine noch schönere mit meiner Frau am Bodensee. Also, ich würde immer sagen, mein Job ist meine Berufung. Ich liebe das, was ich mache. Und es macht mir total viel Spaß. Und ich sehe diesen Geldsegen auch wirklich einen Segen, den ich empfangen habe, den ich mir nicht selbst erarbeitet habe, sondern den ich von Gott geschenkt bekommen habe. Und ich gebe den gerne weiter. Wir haben eine Stiftung gegründet, in der arbeiten wir, wo wir Glaube und Gesellschaft zusammenbringen wollen und hoffen, dass aus diesen Segen, den ich erfahren habe, noch viel mehr Segen wird. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Vielen Dank, Lukas Gotter. Für deinen Besuch, für dieses Statement. Und das stimmt wirklich. Es gibt viele Zeugen hier im Publikum, können Sie gerne fragen. Der sagt das nicht nur auf der Bühne, sondern der nutzt das Geld wirklich, um alle daran teilhaben zu lassen. Abschließend, ganz spontan, das nächste Lied heißt Nun danket alle Gott. Ein Choral mit großer Geschichte, mit tollem Text. Moderier den doch einfach mal spontan an. Wenn du Pfarrer bist und nach wie vor als Pfarrer arbeitest, deine Bühne, dein Publikum. Nun danket alle Gott. Das Spannende ist, wir haben immer Gottesdienst mit Band. Deswegen, wir spielen selten Nun danket alle Gott. Aber was für eine Hymne, oder? Wir können unseren Gott dankbar sein. Ich glaube, dass es ein Wunder Gottes ist, dass es die Einheit gibt. Deswegen stimmt alle mit ein, singt miteinander. Nun danket alle Gott. Let's go. Und ich danke Lukas. Dankeschön. Applaus Und danket alle Gott. Gott, 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 ja. Mit Herzen, Mund und Händen. Wer große, den wir tut, an uns und allen Wänden. Der Wunsch und Unterleib und Windesweide war. Und selten, der wir tut, an uns und allen Wänden. Und den wir tut, an uns und allen Wänden. Wir haben alle, die wir tun, an uns und allen Wänden. und ihnen Frieden geben. Und Gott sind deine Knarrn, der alten Wort und Wort. Und dann aus aller Tod erlösen wir uns nicht. So wer und weiß sei Gott, den Vater und den Sohn, und nach dem deinem Geist den größten Himmelsfall, in dem Heiligen Gott, wie es der Anfang war. Und du bist und deinem Geist so jetzt und immer lang. Und wo wir gerade beim Danken sind, ich hätte da noch einen. Danke. Danke für die Musik. Danke, dass wir gemeinsam singen dürfen. Danke, dass wir heute hier im Oktober unter freiem Himmel mit so vielen Menschen sind und auch an den vielen, vielen anderen Orten, dass das funktioniert nach diesen langen Monaten des Schweigens, des Nicht-Singen-Dürfens, des Nicht-Gemeinsam-Seins. Thank you for the music, kann man auch sagen. Ja, und wahrscheinlich hätte aber auch nach diesen vielen Jahrzehnten des Getrennt-Seins, des Nicht-Mehr-Zusammen-Musizierens, das nicht wieder gemacht, aber sie haben einen Song rausgebracht vor wenigen Wochen. Viele von Ihnen haben den wahrscheinlich gehört. Und ich gehe davon aus, das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass sie das nur gemacht haben nach diesen Jahrzehnten des Bittens, mach doch noch mal was, weil sie erfahren habe, sie sind dabei bei Deutschland singen mit einem ihrer Hits, mit Thank you for the music. Und während wir hier quasi Wiedervereinigung feiern, haben wir mal eben nebenbei für eine Wiedervereinigung in Schweden gesorgt, oder? Muss man sich auch erst mal auf die Zunge zergehen lassen. Also vielen Dank aber, thank you for the music, euch lieben vier Schwedinnen und Schweden, dass ihr noch mal was gemacht habt für uns gemeinsam. Danke für die Musik, dass wir gemeinsam hier singen können. Ja, und danke, dass vor 31 Jahren die Musik mit dazu beigetragen hat, dass aus einem Protest kein Aufstand wurde, sondern eben ein friedlicher Widerstand. Thank you for the music. I am nothing special, in fact I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a challenge, the wonderful thing, cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say, thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the time I have for me. No wonder there about it, I ask if you are to sing. What would I be with all the songs, but that's what I'll be. So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. Just when I began to sing on the floor, before I could talk. When I only walked there, how it was night, we found out that nothing can capture a heart. I can sing it like a melody, can't fail the melody, but I can sing it like a melody. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the time I have for me. No wonder there about it, I ask if you are to sing. What would I be without a song, a dance, what I'll read. So I say thank you for the music, of giving, and I'll be. I've been so lucky, I am the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a joy, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all, as I will begin. Who can't live without it, I ask if you are to sing. What would I be? What would I be? Without a song, I'll dance for a week. So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. Thank you for the music. Genau das denke ich und sage ich auch, wenn ich an die Person denke, die jetzt kommt. Mit 19 hat sie in der damaligen DDR ihren ersten Country Song veröffentlicht und es folgten oder im Grunde anders gesagt, es war der Startschuss für 35 erfolgreiche Jahre im Showgeschäft bis heute. Und jetzt ist sie da. Unsere mehrfache Country Sängerin des Jahres und neue Chorsängerin bei Deutschland singt. Herzlich willkommen, Linda Feller. Dankeschön, vielen Dank. Gabis, sucht ihr einen schönen Platz hier auf der Bühne? Ach Linda, was bedeutet Musik für dich? So schön, dich hier zu haben. Alles. Musik gehört zum Leben, zum Zusammensein, Zusammensingen wird ja, was ja jetzt gerade auch bewiesen wird. Musik, ja, muss man im Leben haben. Und an solchen besonderen Tagen nochmal umso mehr. Du strahlst ja auch heute an diesem Feiertag, auch wenn du zurückdenkst. Wo warst du oder welche Erinnerungen hast du an 1989, 90, die Wendezeit? Mit welchen ersten Eindrücken gehst du hier auf die Bühne? 1989 im November saß ich auf meiner Couch mit meiner Tochter, die damals ein halbes Jahr alt war, in Mainz. Ich lebte damals in Mainz und sah auf allen Kanälen diese unglaublichen Bilder. Heute wissen wir, wir sprechen von der friedlichen Wende. Und mit der Einheit dann tatsächlich, das wusste ja zum damaligen Zeitpunkt noch keiner, dass es wirklich zur Einheit kommt, hat sich mein Leben privat als auch beruflich komplett auf den Kopf gestellt. Und nicht nur für mich, für meine Familie, meine Kinder, meine Enkel und für alle Generationen, die nach uns kommen. Und das Ganze bis heute, im Jahr 2021, obwohl es kein leichtes Jahr war, was zurückliegt, auch für dich nicht. Du hast ein neues Album rausgebracht, Konzerte wurden abgesagt, wir waren alle distanziert, konnten nicht so richtig singen, feiern, Konzerte besuchen. Was hat das vergangene Jahr mit dir gemacht? Wie hast du das erlebt und auch durchlebt? Es war natürlich wirklich für uns alle ein schweres Jahr, gerade die, die wir gerne auf der Bühne stehen, für unser Publikum. Ich hatte ja, du hast es angesprochen im letzten Jahr, mein 35-jähriges Bühnenjubiläum. Und zu diesem Jubiläum gab es auch ein Jubiläumsalbum. Und da habe ich ganz viele fantastische Gäste auf diesem Album gehabt. Dickey Lee, Charlie McCoy und auch mit einer Dolly Parton durfte ich im Duett singen. Und wir hatten wirklich das ganze Jahr über zu tun, Gott sei Dank. Aber mit weniger Fans natürlich vor Ort und distanziert und so. Und es gibt ja auch viele Gräben, die neu aufgebrochen sind. Wir feiern zwar heute die Erinnerung an die Wiedervereinigung, das Friedliche, das Zusammenwachsen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, sei es privat oder beruflich, vieles ist auch entzweig gegangen. Die einen wollen impfen, die anderen nicht. Dann die Demonstration. In unserer Gesellschaft ist eine Menge Schwieriges passiert im vergangenen Jahr. Wie schaffen wir es, wo wir schon mal drüber sprechen, heute wieder Brücken zueinander zu finden, aufeinander zuzugehen? Was ist dein Tipp, um wieder mehr Zusammenhalt in unser Land zu kriegen, mehr Einheit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ganz persönlich daran, dass wir einfach im gesellschaftlichen Leben mehr miteinander gehen müssen und nicht gegeneinander. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Probleme, die wir auch lösen müssen, das ist ganz klar. Aber die gibt es ja in jedem Land. Das müssen wir ja auch mal ganz klar festhalten. Und ich denke tatsächlich, wenn wir mehr miteinander gehen und nicht gegeneinander, dann haben wir schon ganz viele Probleme gelöst. Das ist mein Gefühl. Wir müssen einfach mehr mit dem Herzen zueinander und miteinander stehen. Das ist wahr. Das sind wahre Worte. Und deswegen singen wir ja auch miteinander. Auch das kann genau diese eine Brücke sein oder diese verschiedenen Brücken. Vielleicht sind es sogar sieben Brücken. Ich weiß es gar nicht. 78, du kannst schon langsam auf deine Position gehen, denn jetzt wird es ernst für dich. Kein eigenes Album. Jetzt musst du hier einen alten Hit mitsingen. 78 hat Karat den zum ersten Mal rausgebracht. Er lief rauf und runter im Radio in der DDR, in der damaligen. Hat auch so oft dort irgendwie tolle Preise abgeräumt und in der Rotation gespielt, dass Peter Maffay drüben im Westen, den auch gehört hat, ihn selber vertont hat später. Und dann war natürlich klar nach der Wende, also wir müssen hier was Gemeinsames schaffen. Karat und Peter Maffay haben die sieben Brücken gemeinsam vertont. Und heute, 30 Jahre danach, die haben es ein Jahr nach der Wende gemacht, dürfen wir das gemeinsam singen mit diesen sieben Brücken. Wir gehen drüber und vielleicht singen wir das wirklich auch so, wie du das gesagt hast, Linda, als ein Song, als ein Aufruf, um das Ganze gemeinsam hinzukriegen. Für mehr Einheit über sieben Brücken. Und das schaffen wir, bin ich mir zutiefst sicher in Deutschland. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Weg, Manchmal wünsch' ich mir mein Schraubenversuch. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhm. Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich ohne Rüsch, manchmal mein Trang, dass die Geschichte fällt. Manchmal im Trang, wo man Liebe gibt, Manchmal muss man auch gehen Über sieben Blöcken musst du gehen Sieben Blöcke, aber immer steh Sieben, ah, willst du die Asche sein Aber einmal auf der hellen Schein Manchmal muss man gehen Sieben hoffen Jahre wie das Spiel Sieben war es nur wie Aschersland Aber einmal auf der Helle schaust Was für eine Hymne zum weiter zusammenwachsen, zum überwinden Und ich muss Ihnen das jetzt einfach mal sagen An den Livestreams, quer durch Deutschland Sie machen das richtig, richtig gut Wahnsinn, wie Sie singen, oder? Richtig, richtig gut Am liebsten wäre ich per Rundflug jetzt bei Ihnen zu Hause Und könnte überall mal kurz reingucken und reinhören Wie Sie das machen Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl Überall sind Chöre Sie auch? Ja, ne? Und das Gefühl hatte Mark Forster auch Als er genau darüber einen Song geschrieben hat Chöre, ja? Der hat ein Lied dazu geschrieben Das ist ein Liebeslied Ein Liebeslied für eine Person Die voller Selbstzweifel war Und dieser Person, der singt Mark Forster zu Wenn ich dich sehe Dann habe ich das Gefühl Überall singen Chöre für mich So wie hier heute Abend Er singt Mut zu Das ist ein Lied, das Rückenwind gibt Wertschätzung ausstrahlt Zuversicht gibt Zuspruch behaltet Und das können wir jetzt auch machen Uns genau diesen Mut zusingen Wertschätzend und miteinander Für uns singen Selbstvertrauen für unser Land Das ja doch an einigen Stellen Immer wieder voller Selbstzweifel ist Gerade nach diesem Jahr Und generell im 21. Jahrhundert Wie gut tut es da Diese Chöre zu hören Und zu sehen Denn die Musikschule Goldenes Lamm Aus Dresden Hat uns ein Video dazu geschenkt Jetzt für Chöre Warum machst du dir den Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht Immer siehst du schwarz Und ähnst dich damit aus Nichts ist gut genug Du haust dich selber raus Wann hörst du damit auf? Wie ich dich seh Ist für dich unbegreiflich Komm, ich zeig's dir Ich lass Konfetti fertig regnen Ich schütt dich damit zu Auf deinen Namen aus allen Boxen Der beste Mensch bist du Ich roll den roten Teppich raus Durch die Stadt bis vor dein Haus Du bist das Ding für mich Und die Chöre singen für dich Oh, 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 oh Und die Chöre singen für dich Oh, 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 oh Und die Chöre singen für dich Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hör auf dich zu wehren Das macht doch keinen Sinn Du hast dann auch Konfetti In der Falte auf der Stimme Warum willst du nicht kapieren? Komm her raus aus deiner Deckung Ich seh schon, wie es blinzt Lass mich gut sehen Hab fast vergessen, wie das ist Du mit lächelndem Gesicht Wie ich dich seh ist für dich unbegreiflich Komm, ich zeig's dir Ich lass Konfetti für dich regnen Ich schüpp dich damit zu Ruf deinen Namen aus allen Boxen Der beste Mensch bist du Ich roll den roten Zeppich aus Durch die Stadt bis vor dein Haus Du bist das Ding für mich Und die Chöre singen für dich 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 Und die Trommel klingen für dich Und die Trommel klingen für dich Und die Chöre singen für dich Oh 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 politischer Erfahrung, mit ganz viel Liebe und Leidenschaft für die Stadt Halle, einen engagierten Ehrenamtler, aktuellen Stadtrat, Sportfan, manchmal auch Rentner, wenn er Zeit dazu hat. Ich begrüße ganz herzlich mit Ihnen den ehemaligen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und langjährigen Bundestagsabgeordneten Dr. Christoph Bergner. Herzlich willkommen. Ihr Applaus, ich mache mir gerade die Mücke von der Stirn, ist auch ein Geschenk, oder kann man dafür danken. Dass heute Abend noch Mücken fliegen, zeigt, da ist es relativ warm und mild und wir können draußen sein, auch wenn sie mich gerade getroffen hat. Herr Bergner, Sie haben ja schon viele 3. Oktober miterlebt. Was bedeutet Ihnen dieser Feiertag ganz persönlich? Also der 3. Oktober macht uns immer wieder klar, dass die deutsche Einheit, die ja auch ein Stück europäische Vereinigung ist, ein Geschenk ist und ein historisches Geschenk. Jahrzehntelang waren wir in Machtblöcken gefangen, wir im Osten zur Unfreiheit verurteilt. Und dass sich dies alles in wenigen Monaten auflösen konnte, ohne dass dabei militärische Auseinandersetzungen stattfanden, ohne dass dabei Schüsse gefallen sind, dies ist ein großes Geschenk, für das wir immer wieder dankbar sein können. Und deswegen stehen wir, sitzen und singen wir heute Abend gemeinsam. Sie singen mit, auch aus Dankbarkeit. Und ich kann mir vorstellen, einen Hauch von dem, was heute Abend hier passiert und deutschlandweit, den hätten Sie auch damals gewünscht, 1990. So ein bisschen Feierlichkeiten, ein bisschen mehr was Offizielles, als Sie damals, 1990, mit Ihrem Fahrrad hier durch Halle fuhren. Was war da los? Oder was war nicht los? Ja, also wir haben uns darüber unterhalten. Vor 31 Jahren ist der 3. Oktober hier sehr viel zurückhaltender gefeiert worden. Es gab jedenfalls keine organisierte Feier. Der evangelische Kirchenkreis wollte auch die Kirchenglocken nicht läuten, was ich damals nicht verstanden habe aus diesem Anlass. Und so bin ich mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und habe viele, viele einzelne private Feiern und spontane Feiern erlebt von Menschen, die sich gefreut haben. Aber mein wirkliches Festtagserlebnis, das hatte ich, als ich an der Militärkaserne in Letin vorbei fuhr, in der ich 18 Monate Grundwehrdienst geleistet habe in den 1970er Jahren. Und wenn wir dann manchmal nachts alarmiert worden, da ist mir immer durch den Kopf gegangen, was ist eigentlich, wenn dieser Alarm einmal keine Übung, sondern der Ernstfall ist. Wenn ich als Soldat eingebunden in ein Machtbündnis mich gegen den Gegner im Westen und das bedeutete auch meine Verwandten im Westen Deutschlands und auch ein politisches System, das ich mir eigentlich für die DDR gewünscht hätte, wenn ich dagegen gewissermaßen mit meiner Person kämpfen muss. Und dieser Gedanke hat mich während meiner ganzen Dienstzeit belastet. Und dann kam ich am 3. Oktober in Letin mit dem Fahrrad an der Kaserne vorbei und da wurde an dem Kontrollpunkt, wo ich selbst auf Wache gestanden habe, die Dienstflagge der Bundesrepublik Deutschland und die Soldaten, die aufgezogen waren, die waren vor Mitternacht noch in NVA-Uniform aufgezogen und nach Mitternacht im NATO erlief. Also den Uniformen, die eigentlich früher die Uniformen der Gegner waren. Und da musste ich von meinem Fahrrad absteigen und mir die Tränen wischen, denn dann wurde mir klar, was sich eigentlich verändert hat. Wir sind frei geworden auch von einer Kriegsgefahr, von einer Konfrontation. Ich wusste, unsere Söhne müssen nicht mehr die Gedanken sich machen, die ich mir während der Dienstzeit machen musste. Und ich wusste auch, wir sind nicht nur ein vereintes Land, sondern wir sind ein Land, das von Freunden und Partnern umgeben ist. Und das war Anlass für große Dankbarkeit. Vielen Dank, dass Sie uns damit persönlich reingenommen haben. Abschließend noch kurze Frage. Sie haben einen Wunsch frei für das Jahr 2021, jetzt im Jahr 2021 für Deutschland. Was wünschen Sie uns allen in unserem Land? Ganz kurz zum Abschluss. Also ich wünsche mir, dass wir uns auf die Gemeinsamkeit beziehen. Es gibt viele Probleme zu lösen, aber wir werden sie nur in Gemeinsamkeit lösen. Und natürlich haben wir jetzt im Wahlkampf immer die Probleme in den Vordergrund geschoben. Das gehört auch dazu. Aber wir werden sie nur lösen, wenn wir uns klar wären, Deutschland ist vereint und wir gehören zusammen. Und wir wollen in dieser Gemeinsamkeit auch unserer Aufgaben gerecht werden. Das ist für mich die Botschaft. Dankeschön. Dankeschön, Dr. Christoph Bergner, dass Sie bei uns waren. Vielen, vielen Dank. Ja, wo Sie das gerade angesprochen haben, gemeinsam, das kann man auch bei dem nächsten Lied sagen. Hevenu Shalom Allahim. Wir bringen euch Frieden. Ein jüdisches Lied. Und auch der jüdische Glauben ist fester Bestandteil unserer Kultur, unseres Glaubens, unseres Landes, unserer Geschichte gemeinsam. Das heißt, wir haben in Deutschland gemeinsam 1700 Jahre jüdisches Leben, jüdische Geschichte bei hier und im Land. Das ist nachgewiesen. Und in diesem Jahr ist das Jubiläumsjahr. Es gab über 1700 Veranstaltungen, die genau das, diese Vielfalt gefeiert haben. Wir sind heute Abend eine davon. Und wir sind so dankbar, dass die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger bei uns leben, trotz all diesen unbeschreiblichen Leides, was unser Land ihnen und ihren Vätern und Müttern angetan hat. Trotzdem leben sie hier. Und dafür stehen wir. Und trotz all der Sachen, die immer noch passieren. Nach wie vor ist das ja nicht vorbei, das Thema. Es geht immer wieder los. Der Rechtsextremismus treibt immer wieder neue Blüten. Ich weiß gar nicht, welche Himmelsrichtung, aber nur ein paar hundert Meter von hier, vielleicht ein Kilometer, ist vor zwei Jahren, fast genau vor zwei Jahren ein zutiefst schlimmes und verurteilenswürdiges Attentat verhindert worden durch eine Holztür in der Synagoge hier in Halle. Was wäre passiert, wenn dieser zutiefst hassende Rechtsextremist diese Tür geöffnet hätte? Ein Blutbad hier in Halle im Jahr 2019. Und es passieren weitere Dinge. Deswegen distanzieren wir uns von aller aufkommenden Form von Antisemitismus. Wir stehen auf gegen Gewalt, gegen Rechtsextremismus und singen vereint für Frieden, für Toleranz und für Freiheit. Jetzt auch mit dem nächsten Lied und gerade deswegen. Auf Hebräisch. Hevenu Shalom Alachem. 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 Schalom, Frieden. Seit über 70 Jahren dürfen wir mittlerweile in Deutschland in Frieden leben. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist ein großes Geschenk. Ebenso die Sache mit der Demokratie und den freien Wahlen zum Beispiel. Ist ja gar nicht so lange her, dass wir alle wählen durften. Und ich weiß nicht, wie das Ihnen ging, wenn Sie Ihr Kreuz gemacht haben, bevor ich jetzt einfach mal ausgehe, ob Sie vielleicht auch, egal wo Sie gekreuzt haben, vielleicht so einen kleinen Moment innegehalten haben und kurz mal gedacht haben, Mensch, das ist eigentlich Privileg, dass das so funktioniert, dass ich hier heute frei wählen darf. Das, was ich meine und richtig halte, darf ich hier ankreuzen. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen schätzen wir unsere Freiheitsrechte im Grundgesetz nicht zu gering. Und erinnern wir uns daran, dass viele, viele Frauen und Männer dafür gekämpft haben, dass wir in dieser Geschichte da stehen, wo wir jetzt stehen. Nehmen wir die Verpflichtung ernst, genau das wertzuschätzen und immer wieder neu im Miteinander zu leben. Unsere Freiheitsrechte, Grundrechte sind unveräußerlich und müssen nach der Pandemie wieder auch voll in Gang gesetzt werden. Denn es sind keine leichten Zeiten, aber gemeinsam kriegen wir das hin und schaffen wir das auch noch. Und all das, was noch auf uns zukommt. We shall overcome someday. Eines Tages werden wir das überwunden haben. Werden wir die Probleme und Herausforderungen, mit denen wir heute noch kämpfen, überwunden haben. Und genau das drückt das nächste Lied jetzt hier heute Abend aus. Und das drückt das Lied jetzt hier heute Abend aus. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand, we walk hand in hand, we walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not alone, we are not alone, we are not alone someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! We shall all be free, we shall all be free, we shall all be free someday. We shall all be free, we shall all be free someday. We shall all be free, we shall all be free, we shall all be free someday. Ich freue mich sehr auf eine Frau, die in dem, was sie macht und tut und erschafft, immer auch danach strebt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das macht sie super kreativ, immer wieder neu, selten allein und heute Abend auch ein Stückchen mit uns allen gemeinsam. Herzlich willkommen, die transmediale Künstlerin und Community-Bilderin Sarita Day. Schön, dass du bei uns bist. Ein langer Weg, Vorsicht bei den Kabeln, bis nach vorne hier ins Licht. Sarita, schön, dass du da bist. Du musst mir ganz kurz helfen und vielleicht auch Ihnen allen gemeinsam, transmediale Künstlerin. Kann man das relativ kurz erklären, was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass ich verschiedene künstlerische Medien in meiner Arbeit zusammenfüge oder verbinde, dass sie verschmelzen, zum Beispiel Malerei mit Installation, mit Schreiben, mit Performance, genau. Alles zusammen, ein großer Stil. Du hast dich sehr gefreut, dass du heute hier sein darfst mit uns. Du bist auch zur Zeit für ein paar Wochen für ein Projekt in Halle und hast gestern ein Foto gepostet, was dich zeigt, als kleines Mädchen mit deiner Großmutter, glaube ich, in Bezug auf das Fest hier heute. Warum hast du dieses Foto gepostet? Was bedeutet das? Ja, ich habe einiges an ostdeutscher Geschichte, auch in meiner Familie, an westdeutscher Geschichte auch und in meiner Familie verschmelzen so beide Teile. Und unter anderem ist meine Oma, die ich heiß und innig geliebt habe, als Kind in Ostberlin geblieben. Meine Mutter ist geflüchtet, 61, im Jahr des Mauerbaus. Mein Vater hat zwei Jahre später gefolgt, aber genau, meine Oma ist unter anderem hier im Ostteil geblieben. Und genau, das bewegt mich deswegen sehr, die Wiedervereinigung irgendwie jedes Jahr und überhaupt die gesamtdeutsche Geschichte geht mir sehr nah. Die ja auch mit deiner Familiengeschichte verwoben ist. Und wir sehen ein Bild, eins hast du uns unter anderem mitgebracht, wo genau diese Familiengeschichte eine Rolle spielt. Ich gucke mal, ob ich irgendwie raufschielen kann, dass wir das gleich mal sehen. Das wird eingeblendet. Sie sehen es, glaube ich, auch zu Hause und du kannst dann was dazu sagen, wenn wir es gleich haben. Weil bei diesem Bild, bei diesem Kunstwerk, diesem Transmedialen, kann man nicht darüber reden, ohne es gesehen zu haben, oder? Das stimmt. Vielleicht kann ich zur Vorgeschichte sagen, dass ich seit vier Jahren mit Familiengeschichte künstlerisch arbeite. Genau, mit alten Fotos, mit der Geschichte meiner Mutter, von der ich sehr, sehr viel im letzten Jahr, im Pandemiejahr hören durfte, wofür ich sehr dankbar bin, mit der Geschichte meines Vaters, der aus Indien in die DDR emigriert ist, quasi, also ohne dieses Programm auch gar nicht meine Mutter kennengelernt hätte. Und genau, das fließt in meine künstlerische Arbeit ein. Die man auch auf deiner Homepage sieht, wenn man sie hier nicht weiß ist. Genau, von Ihnen aus das Rechte, also da ist die Entstehung links und das ist das Bild. Sag noch kurz was dazu. Genau, das ist ein ganz junges Bild aus einer Serie, das nennt sich Studio Familiaris, eine Mixed-Media-Arbeit, wo unter anderem eben Elemente aus meiner Geschichte eingeflossen sind. Oben die Dame, die auf dem Mülleimer so versiert, fotografiert ist, meine Mutter, die ihr letztes Foto vor ihrer Flucht in Berlin aufgenommen hat. Dieses kleine Mädchen, was balanciert, das bin ich. Unter der Kassette sieht man den Briefkopf von einem Schreiben, wo wir Einsicht in die Stasi-Akten, die es über unsere Familie gibt, angefragt haben. Und ein Transfer von einem Dankeschreiben meiner Mutter an Willy Brandt nach der Wiedervereinigung. Also es ist so durchzogen von Familiengeschichte, aber ein bisschen spielerisch auch, weil Spiel und Kreativität kann, glaube ich, sehr dabei helfen auch. Und Kunst sowieso, Vergangenes zu etwas Neuem zu verwandeln. Und das hier mal gerade im Alltempo uns erklärt. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn es noch ein anderes Bild gibt, sag das noch kurz dazu und auch wenn wir das nicht sehen. Dein Motto ist ja, Einheit ist nur möglich, auch in deiner Kunst zum Beispiel, durch die Vielfalt. Wie funktioniert das? Einheit durch Vielfalt und du sagst nicht alles gleich, sondern gerade weil es so viele Unterschiede gibt, auch in deiner Geschichte, in unserem Land, dadurch kommt erst Schönheit und Einheit zustande. Ja, es ist mir eigentlich durch diesen Prozess bewusst geworden, dass quasi Einheit ohne Vielfalt gar nicht zu denken wäre. Und auch in meiner Kunst erlebe ich jeden Tag, dass es gar keine Schönheit gäbe ohne Diversität. Und irgendwie hat es mich sehr berührt, als ich angefangen habe mit dieser Arbeit, dass quasi so in den Arbeiten verschiedene Zeiten, verschiedene Orte, verschiedene geografische Orte, Kulturen verschmelzen miteinander und was Neues, Schönes formen. Und irgendwie auch ein bisschen in mir, ich bin ja quasi auch, hoffe ich, ein kleines Beispiel dafür, dass quasi aus verschiedenen kulturellen Strömungen und ja auch unterschiedlichen Geschichten, auch nicht nur positiven Geschichten, was Neues und Farbenfrohes und Kreatives entstehen kann. Kleines Beispiel, ein großes Beispiel bist du dafür. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, hier bist und Sie alle können auch Ihr Beispiel mit einbringen, denn ganz kurz noch zum Schluss, du hast eine Live-Installation mitgebracht, ganz da hinten, also Sie sehen das jetzt nicht, sondern am Ende dieses Feldes hier in Halle am Platz kann man mit dir noch an einem Kunstprojekt teilnehmen. Einfach nochmal, wenn noch nicht da war, später vorbeikommt. Ja, ich bitte darum. Genau, das Thema ist auch Einheit in Vielfalt und Sie dürfen da hinten eine Frage auf einer Schreibmaschine beantworten. Und Schreibmaschinen liegen mir sehr am Herz, wie man vielleicht in dem Foto mit meiner Oma gesehen hat. Und genau, Sie dürfen dann da eine Antwort, Ihre Antwort, Ihre Sichtweise eintippen. Und mit Ihrer Erlaubnis möchte ich das dann gerne weiterverarbeiten, wenn ich hier in Halle an dem Thema Einheit in Vielfalt arbeite. Dankeschön. Sie alle, wir alle werden Teil von Sarita Days neuem Kunstprojekt. Vielen, vielen Dank und unser Kunstprojekt jetzt, das vorher noch stattfindet, das ist Gesang. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, alle gemeinsam. Von guten Mächten, treu und still umgeben. Schreibmaschinen, wunderbar geborgen, alle gemeinsam. Schreibmaschinen, wunderbar geborgen, alle gemeinsam. Schreibmaschinen, wunderbar geborgen, alle Gemeinden. Der Wart in mir wird uns, was kommt denn da. Dort ist bei uns am Abend, unser Morgen. Und ganz gewiss an jedem neue Tag. Der Wart in mir wird uns, was kommt denn da. Aus deiner guten und geliebten Wart. Wirst du uns noch einmal Freude schenken. An dieser Welt und ihrer Sonne glatt. An dieser Welt und ihrer Sonne glatt. An dieser Welt und ihrer Sonne glatt. Dort ist bei uns am Abend, unser Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. An dieser Welt und ihrer Sonne glatt. 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 Wir sind ja hier in Halle im Unigesende auf dem Uniplatz. Ich weiß nicht, ob das sein Hinterhof ist oder sein Vorgarten, aber wenn wir hier sind, er ist der Hausherr hier sozusagen, denn er studiert hier in Halle auf Lehramt und von daher sind wir sozusagen in seinem Wohnzimmer. Gordon Dannert, 23 Jahre alt, Student, sehr musikalisch, selber ein großartiger Pianist und heute Abend auch nochmal unser Gast hier auf der Bühne. Gordon, schön, dass du da bist. Dankeschön. Hallo, freut mich auch. Also ich wollte einmal hier diese vernünftige Begrüßung machen. Entschuldigung, tut mir leid, macht man das heute nicht mehr? Doch, ne? Wie macht das die Jugend? Kommt drauf an, wie man trifft. Ja, das stimmt. Eigentlich so einen alten Herrn wie mich. Du bist hier, weil du jemand bist, der im Westen geboren ist? Im Westen geboren und im Osten aufgewachsen, genau. Und Eltern hast, die sowohl aus Ost und West stammen und du quasi schon von Anfang an das mitbekommen hast. Ost, West, deine Eltern auch Lehrer, Ehepaar, du selber jetzt auf den Spuren. Wie hast du das mitbekommen, diese Geschichte, dass da zwei Länder quasi in deiner Familie in Vita mit verewigt sind? Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen und zwar geboren bin ich genau genommen im Ruhrgebiet und zwar in der Nähe von Duisburg, also quasi fast niederländische Grenze, also westlicher geht's nicht. Und aufgewachsen in Forst, in der Nähe von Cottbus, also östlicher geht's nicht, polnische Grenze. Und ja, genauso mit meinen Eltern, also mein Vater im Hunsrück geboren, also Frankreich, das heißt westlicher geht's auch nicht. Und so bin ich quasi ein Bossi, kann man sagen. Auch nicht schlecht. Mischling. Was haben deine Eltern dir erzählt oder was hast du mitbekommen von ihnen? War das noch bei denen ein Thema, dieses Ost-West-Ding? Ja, tatsächlich, weil sie ja nämlich, also mein Vater halt im Westen geboren ist und im Osten dann später als Lehrer gearbeitet hat. Bei meiner Mama war es umgekehrt, im Osten geboren und im Westen dann als Lehrerin gearbeitet, in hessischlich genau genommen und Kassel, also da halt Referendariat gemacht. Und witzigerweise hat mein Papa zum Beispiel im Osten so mehr diese leichte Abneigung gegenüber Westdeutschen, also er hat dann öfter mal besser Wessi gehört, was bei meiner Mama jetzt umgekehrt eher nicht der Fall war, aber das kann auch einfach nur biografisch bedingt gewesen sein. Springen wir in die Zukunft. Du bist der nächste Lehrer deiner Familie, Lehrer in Spee vielleicht, zumindest bist du auf Lehramt unterwegs, sagen wir mal so. Wie erlebst du das hier, Ost-West? Können wir da einfach mal einen halben Deckel drauf machen vielleicht und nicht irgendwie 30 Jahre, 31 Jahre danach immer noch davon reden, Ossi, Wessi, Wossi? Wie ist das in deinem Alltag? Also in meinem Alltag denke ich ziemlich selten darüber nach, alte Bundesländer oder neue Bundesländer, beziehungsweise gebrauchte Bundesländer, gibt es ja auch den Begriff. Also zumindest hat den mein Papa mal gehört. Kann den auch noch nicht. Nee, nee, aber ja, doch, den Begriff gibt es wohl auch. Nee, also in meiner früheren WG zum Beispiel gab es auch ein paar aus Braunschweig oder aus Hannover so die Richtung. Schöne Grüße, falls ihr irgendwo hier seid. Ich glaube, du musst das ganze Land grüßen, ne, als ich gerade deine Geschichte gehört habe, ne? Ja, ziemlich. Aber es ist nicht so, dass ich die kennengelernt habe und jetzt gedacht habe, oh, die verhalten sich ja ganz anders als die, die ich aus meiner Heimatstadt in einem östlichen Bundesland kenne. Ja, ist eher weniger der Fall, finde ich. Zum Glück. Zum Glück, genau. Einheitsfestival heute Abend hier, ne? Das ist auch das, wofür ich ziemlich dankbar bin, dass wir in der Vorbereitung auch kurz... Das war eine mega Überleitung, ja? Ich mache mir wieder eine Mücke weg und du erzählst kurz, wofür du dankbar bist, ja. Oder wolltest du das eigentlich? Ich wollte dich fragen, wofür bist du dankbar? Genau. Ach, wofür bin ich dankbar? Naja. Also, dadurch, dass meine Familie ja in ganz Deutschland verteilt ist, also ich habe Verwandte in Hamburg, wie gesagt, im Hunsrück, also Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen, in Sachsen, bin noch lange nicht fertig, Berlin. Und in meiner Jugend bzw. Kindheit habe ich diese großen Familienfeiern in sehr positiver Erinnerung und das alles wäre ja mit diesem, ja, mit einem geteilten Deutschland nicht möglich und das ist das, wofür ich extrem dankbar bin. Wir sind es mit dir. Vielen, vielen Dank, Gordon, dass du uns mit reingenommen hast in die Familiengeschichte. Kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Ost, West, dann Mitteldeutschland, Hessen und so, ne? Und während du diese ganzen Städte aufgezählt hast, seine Station, ist da hinten der Mond aufgegangen. Und dem singen wir jetzt ein Lied, oder? Tatsache. Ja, machen wir das doch. Dankeschön, Gordon. Ja. Okay. Ja. Okay. 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 Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein palmen, am Himmel, well und klar, der Wald steht schwarz und schweigt und aus den Wiesen steigt der weiße Nebel wunderbar. Oh, dies ist die Welt zur Stimme und in der Dämpfung Höhe, so traulich und so traurig, als seine Stille kamen, wo ihres Tages jahre, verschlafen und vergessen soll. Seht ihr den Mond da stehen, er ist nur ein zu sehen, und ist doch gut und schön, so sind wohl manche Sachen, die mir getroste lachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. So liegt euch denn, ihr Brüder, im Mond des Damen nieder, Kalt ist der Abendmau, verschob uns Gott mit Schlafen und lass uns ruhig schlafen und unseren Danken nach Verbrauch. Ich möchte nochmal Danke sagen für euch hier live, den Chor, die Band. Großartig, die Technik, das Licht und Sie alle, wie Sie mitsingen, wie Sie mitklatschen. Es ist wunderschön, ganz tolle Stimmung und ganz viel Zusammenhalt, Freude über all das, was wir gemeinsam hier auf dieser Bühne und davor gesungen haben. Und natürlich mit Ihnen gemeinsam. Mensch, so viele sind dabei. Großartig. Wir singen jetzt noch gemeinsam zum Abschluss die deutsche Hymne, Tag der deutschen Einheit. Es gibt ja auch eine Stelle, wo es eben heißt, einheitlich, brüderlich und schwesterlich würde man heute sagen, wenn man es nochmal neu dichtete. Das kommt dazu, das gehört zusammen. Und die Europa-Hymne, die bewusst ohne Text gesungen wird, um quasi bei den verschiedenen Sprachen, die es in Europa gibt, niemanden und keinem Land oder keine Sprache auszugrenzen. Also ohne Text und deswegen umso mehr gemeinsam. Das singen wir gemeinsam und ich darf mich von Ihnen schon mal verabschieden im Livestream. Wir singen noch mit Ihnen, dann sind wir durch die Technik zumindest getrennt. Und Sie bitte ich nochmal kurz danach sitzen und zu stehen zu bleiben, bis wir noch ein weiteres Lied gesungen haben, noch einige organisatorische Informationen verteilt haben. Aber ich gehe nicht von der Bühne, um nochmal mit euch und Ihnen gemeinsam hier ein Selfie zu haben. Wann komme ich schon mal wieder mit so vielen tollen Menschen und lege ich dann nach Halle? Oder? Darf ich? Man erkennt auch niemanden. Das ist mein Kunstprojekt von Sarita Day. Vielen, vielen Dank euch. Danke, dass Sie alle dabei waren. Es war ein großartiger Abend und ich wünsche mir sehr und Sie vielleicht ja auch, dass daraus wirklich eine große Tradition wird und dieser 3. Oktober zukünftig wirklich ein Tag des Gesangs ist, der Freude. Deutschland singt, wir singen gemeinsam in diese Nacht. Dankeschön und bis bald. Danke. 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 Und Recht und Freiheit Für das deutsche Vaterland Danach lasst uns alle streben Brüderlich mit Herz und Hand Einigkeit und Recht und Freiheit Sicht des Glückes unterfacht Im Ganzen dieses Glückes Für das deutsche Vaterland Im Ganzen dieses Glückes Für das deutsche Vaterland Freude schöner Götter Wir betreten Feuer trunken Himmlische, dein Heiligtum Deine Zauberin der Rede Lass die Wohle strengen Alle Menschen werden müde Ohne sanfte Flügelheit 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 Als nichts mehr lief und nichts mehr ging Als unser altes, schnelles Leben plötzlich in den Seilen hing Da hielt uns nur die Hoffnung wahr Wir hatten nichts mehr in der Hand, als nur die Taube auf dem Dach Die Hoffnung lebt zuerst, sie streckt die Hände aus Und lockt uns dahin, wo die Wolken offen stehen Die Hoffnung hört nicht auf, geht Schritt für Schritt voraus Bis wir am Ende in den weißen Himmel sehen Die Hoffnung lebt zuerst, sie strengt die Hände aus Wenn nichts mehr läuft und nichts mehr geht Wenn uns mit einem Mal ein gnadenloser Wind entgegenweht Dann werfen wir den Mond nicht hin Vielleicht wird das für uns zuletzt, ja noch ein Tag zum Niederknie Die Hoffnung lebt zuerst, sie strengt die Hände aus Und lockt uns dahin, wo die Wolken offen stehen Die Hoffnung hört nicht auf, geht Schritt für Schritt voraus Bis wir am Ende in den weiten Himmel sehen Die Hoffnung lebt zuerst, sie strengt die Hände aus Ein Traum mit uns zusammen Ein Traum von Einigkeit Wir hoffen nicht allein Wir hoffen nicht allein Und schließen dabei dieses ganze Land Die Hoffnung lebt zuerst, sie strengt die Hände aus Und lockt uns dahin, wo die Wolken offen stehen Die Hoffnung hört nicht auf, geht Schritt für Schritt voraus Bis wir am Ende in den weiten Himmel sehen Die Hoffnung lebt zuerst, sie strengt die Hände aus Die Hoffnung lebt, sie strengt die Hände aus Und schließen dann ab, geht Schritt für Schritt Das schluss, sie strengt die Hände aus Und schließen dann ab, geht Schritt für Schritt Und, Moss, wenn du nicht immermanachst Die Hoffnung lebt zuerst, sie strengt die Hände aus